So, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zur nächsten Episode mit Rehpatz auf Rocket League Radio. Hallöchen, Leute. Hallöchen, Poppöchen, wir ziehen Fallara. Hab ich. Wir ziehen Fallara. Wer nur auf mich geht wieder. Hier. Oh, komm ich noch hin? Nein. Der ist aber nicht drin, der Ball. Der kommt so scheiße, wie er nur scheiße kommen kann. Schön. Lass, ich nehm den Ball. Ah, beziehungsweise doch nicht. Beziehungsweise doch. Beziehungsweise doch nicht. Komm, spielen wir mal. Einmal in die Mitte. Ich hab halt keinen Boost wirklich, ne? Also ich... Nein. Oh, Mann. Jede Folge ein Eigentor. Ich ramme den Typen weg und geh dann in die Luft und dann kann ich aber nicht mehr navigieren, so. Geht einfach nicht mehr anders. Ich ramme den Typen jetzt weg. Da ist er weg. Und dann will ich den Ball irgendwie noch ablenken, aber durch das Rammen bin ich dann so auf den Ball, dass ich nicht mehr weg kann, irgendwie. Ach, das ist doch scheiße jetzt. Das passiert mir auch oftmals sowas, Leute. Sowas hab ich auch ganz oft. Ja, den kann ich nicht reinmachen. Vielleicht schon irgendwie mit ganz viel Glück. Warte, ich hab den nochmal vielleicht. Ne, leider nicht. Aua. Warum komm ich nicht auf? Hast du? Schön. Aua. Mann, Leute, warum werde ich nur weggepimmelt? Okay. Komm ich nicht ran, leider gar nicht. Ah, keine Ahnung. Da bist du wieder deinen Boost holen gegangen. Ich musste Boost holen. Ich konnte nichts anderes machen, so. Ich kann ja im Tor stehen bleiben, aber dann kann ich den Ball auch nicht bekommen. Also ohne Boost kann ich den Ball auch nicht bekommen. Ich hatte Zeit. Aber komm, wir schaffen das noch. Wir drehen das noch, das Ding. Das weiß ich. Ja, der kommt nochmal. Ich hab halt keinen Boost. Ich hab halt... Wie oft du heute schon gedacht hast, ich hab halt keinen Boost. Ich hab halt keinen Boost. Ich hab ja am Anfang... WTF? Du hast schon wieder ein Eigentor gemacht. Ja. Hab ich auch. Heute hast du Bock auf Eigentore. Ey, was soll ich denn tun? So, der Ball kommt mitten auf... Was steht denn da? Da steht irgendwas an den Banden. Warte mal, was steht denn da? Ja, irgendwie irgendein Event oder so. Ja, ja. Aber wir können es immer noch drehen, so. Immer noch kein Problem für uns. Das weiß ich. Ja, 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 den hast du. Schön. Und der ist instant drin, so. Es geht back auf, Leute. Also gerade spiel ich halt echt... Nein, nein, bitte mach da einfach nicht so eine Scheiße. Was willst du denn jetzt wieder? Mann, ey. Ich wollte nur schreiben, dass du gerne Eigentore machst. Ja, ist doch... Wissen die Zuschauer jetzt schon. Du hast doch schon oral jetzt gesagt. Nein, das wollte ich den Gegnern sagen. Ja, warum denn den Gegnern? Ja, damit die sich gut fühlen. Und denken, dass du alles für die machst. Okay, ich spiel den Ball schön raus. Jetzt in die Mitte. Ich kann ja nicht so viel Wucht in deinem Ball bekommen. Du gehst daneben. Ich bin rechts von dir. Schön. Äh, lass. Können wir nicht nochmal ran. Leider nicht. Schönes Ding. Spiel den Ball bitte weiter. Ich bin nur kurz dem Boost hier. Einmal hoch. Schönes Ding. Ähm. Schön. Oh Gott, der geht nochmal hoch, der Ball. Aber schön. Ja. 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 Oh Gott, ich finde diese Folge so scheiße gerade. Aber ist mir egal. Wir gewinnen das trotzdem noch. Und dann haben wir halt Handicap gehabt von 0-3 mit zwei Eigenzorn. Ist doch okay. Und gewinnen das Spiel noch. Ist doch super. Jetzt auf links. Ein richtig schmackhafter Ball. Kommste. Danke. Nice. Ja, ich rühre den auch nochmal. Aber alles noch gut. Lass. Ja. 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 Oh nee. Ja. 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 Für dich. Ich wollte ihn wegrammen gerade. Was? Oh Mann. Oh, mach ihn jetzt. Er berührt ihn wirklich. Es war so schön angeflogen von mir. Und er berührte trotzdem noch. Oh. Oh. Okay, nice. 3-3. Schön gemacht. Schön gemacht. Er hat fast wieder den Weg geflogen. Er ist doch schon wieder knapp. Okay, jetzt schön auf links. Weil ich den Ball halt vorher gespielt habe. Okay, den lasse ich. Ja. Schön. Schön. Ja. Warte. Spiel ihn zurück. Spiel ihn zurück. Oder so. Okay. Lass, lass, lass. Boah. Will den Typen immer nur wegficken. Oh, der kommt ja gut. Hast du aber? Ja. Nochmal. Fliegen einfach an. Ist er bald drin. Nice. Ja. Und so drehen wir das Ding wieder. Und genau so drehen wir das Ding wieder. Ja, wenn nicht gleich wieder ein Eigentor kommt. Das kann ich euch nicht versprechen. Das werden wir dann gleich noch sehen, ob noch was passiert oder nicht. Ich geb mir Mühe. Oh, der geht natürlich wieder nicht rein. Aufpassen. Hab eingerammt. Ja, spielen noch einmal. Schön. Ah, Mann, ey. Okay, ich geh jetzt noch kurz Boost holen. Ja. Nein. Ist meiner, ist meiner. Warte. Oh Gott. Aber nochmal alles super, alles super. Alles super. Ja. 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 Danke. Meine Güte. Oh mein Gott. Was für ein Spiel, ey. War so knapp. Rein und hinten liegen, dann auch noch drehen. Guck mal, der Ball möchte einfach nicht reingehen. Gegeben. Oder Aufgabe. Super. Dafür, dass ihr da mal dreimal Danke schreiben könnt, schreibt aber kein GG dafür. Natürlich nicht. Hab ich ja gerne gemacht. Bis gleich, Leute. So, letzte Runde, Leute. Heute wieder auf ein bisschen Wüstig. Wüstig, Mystik. Wüstig. Hab ich. Oh, hätte ich den noch irgendwie begrammt, den Typen, wäre das nice geworden ist daneben, oder? Ja. Mit dem Zor. Hat er berührt. Oh, er nochmal, aber du kannst ihn schön ausspielen und reinmachen. Doch. Ja. Ja. Bin leider zerstört worden, aber ich mich dann halt weggedreht habe. Ich war einfach ganz weit weg, damit ich hier nicht nur irgendwie doof rumstehe. So. Vorher ich wieder irgendwas mache, einfach nur weg und dann bin ich zerstört worden. Toll, ey. Tolle Wurst. Okay, auch links. Finden die halt schon nice. Ja. Oh, der kommt aber gut. Der kommt echt gut. Nice. Der kommt echt gut, ja. Das war der, ne? Ja, aber ich hätte ihn auch gemacht, weil guck mal, wie ich da fliege. Ja, 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 ich weiß. Guck mal da, guck mal da. Da, wie ich da bin. Guck, ich hätte ihn auch gemacht. Es gibt Scheiße, das will er sich nochmal angucken, ne? Natürlich nicht. Das will er nicht mehr. Oh, oh. Ist aber noch nicht. Es sei denn, er bekommt ihn, aber tut er nicht. Schönes Ding. Nehm ich kurz. Oh, ja. Ah, ich bekomme ihn nicht, weil ich zu schnell dann war. Aber warte, geh du hin, damit ich ins Tor kann. Okay. Hast du den? Ja. Hast du den nicht nochmal? Okay. Ja? Nein. Weil ich keinen Boost gehabt. Ja? Okay. Hier ist aber drin. Natürlich. Schön. Okay. Das sind noch schöne Spiele. Komm. Oh, nee. Wenn wir das gewinnen, übrigens bin ich wahrscheinlich wieder Diamond, Leute. Was für ein Diamond, du bist überhaupt heißer dafür. Ja. Trotzdem bin ich Diamond. Hart erkämpft. Diamond. Leute, Diamond. So wie immer. Oh, habe ich. Perfekt eigentlich. Ja, komme ich aber nicht mehr ran. Wie bekommst du ihn du nicht? Eigentlich, weil ich kein Diamond bin. Ah, ja. Noch nicht. Dem bekomme ich erst, wenn ich Diamond bin. Komm, nimm den Ball schön. So. Nehme ich kurz weiter. Ja, ich kann den eigentlich besser nehmen. Na, ich hätte ihn reingemacht. Ich würde, ich hätte ihn reingemacht. Guckst du nicht. Und jetzt ist der aber drin. Nein. Ja, spiel einmal raus. Lass. Geh einfach nach vorne. Ich fahre mich nach vorne. Ja, ja, genau. Aber dann bin ich kein Boost. Und wieder droht. Okay. Super, super, super. Ich bin im Zor. Ich bin nicht da, ne? Ich bin komplett weg. Ich bin mal ganz kurz hier kacken. Na ja, geh doch mal kacken. Dann mach ich den Ball dann so rein. So, dann sollen die halt gerne so. Und dann mach ich auch mal rein. Ja, null, ey. Nice. Ja, ja, Leute. Super, okay. Jetzt mach ich nochmal einen schönen Ball auf rechts. Ja, ja. Etwas zu, etwas zu grad wie die Nick. Beide fliegen an. Also beide kommen nach. Schnell, schnell nach. Okay. Ich hab keinen Boost, aber hab ihn gerammt. Das Mindeste, was ich tun kann. Wow. Nein. Also. Ja, das war schöner Knapikowski, ey. Oh. Wenn du den Ball dann nicht bekommst, weißt du? Immer über meine Eigentüren meckern, aber Bälle seltsam nicht mal bekommen. Den konnte ich gar nicht kriegen, weil beide oben waren. Oh mein Gott. Nein. Hast du. Ja, ja. Hab ich. Klar. Hab ich. Aha. Wir retten. Warte. Lass. Ah, sorry. Ja, ich würde den nochmal zuspielen, den Ball. Komm, spielen raus. Nee. Der nicht. Egal für eins. Weil der kam nach. War ein Ehrenwerfer. Na. Guck mal, wie der andere dann da war. Heute nochmal schön auf rechts jetzt spielen. Es wird nochmal toll, ja, das Ding. Pass auf. Die Nudel. Ah, komm ich nicht ran. War ich etwas zu, äh, also, war einfach zu schnell. Mhm. Ich geh ins Tor. Ganz gemütlich. Habe ich nochmal? Warte, spiel ich dir auf rechts? Oh, der ist ja in der Luft. Wotafuck, hab ich gar nicht gesehen. Auf links wollte ich natürlich auch sagen. Spiel ich dir auf links. Äh. Was denn? Ja, nee, alles super. Ich mach grad nur scheiße, aber ist eigentlich egal. Wir führen halt 4-1. Naja, oder auch nicht. Doch, natürlich. Spaß, Leute, natürlich. Ich fiel mir 4-1. Ja. Okay. Ich komm mal an keinen Ball gerade dran. Weil ich so scheiße stehe die ganze Zeit. Schön hab ich. Mitte für dich. Guck. Na, schade. Ah, ich bin hinten. What the fuck. Und flieg weg, Typ. Nice. Das war mega nice gemacht gerade. Schön. Flieg weg, Typ. Da wollte er den Ball spielen. Schön antizipiert. Und dann können wir noch in den Winkel rein. Ja, geschossen. Der ist aber ganz schön weit geflogen. Irgendwie. Ja. Oh. Oh. Warte, Boost. Danke. Schön. Haben wir noch in die Bande. Super. Super. Heute, ne? Heute ist der super dark. Super dark. Komm, es gibt doch auf, Leute. Kommt schon. Und 6 zu 1. Will doch keiner mehr sehen, ihr. Ihr auch wahrscheinlich nicht an den heimischen Bildschirmen, oder? Oh, Aufgabe. Und? Bin ich Diamond wieder? Bin ich, bin ich Diamond? Bin ich Diamond? Ich weiß es noch nicht. Wenn nicht, wäre das. Nein. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.